Layers of Life ist eine Produktion, die nicht nur zum Anschauen, sondern zum vielfältigen Erleben einlädt. Also die ZuschauerInnen oder SpielerInnen, wie wir sie eigentlich nennen, betreten zu viert einen Wohnwagen und können dort Spuren einer fiktiven Figur zusammensetzen, die da vor 30 Jahren gelebt hat. Und dabei können sie alles anfassen, angucken, anhören, durchsuchen, was sie dort finden. Das heißt, das ist eben kein Stück, das man in Anführungszeichen nur ansehen kann, sondern man kann es auf vielfältige Weise erleben.